Befugt den Mike zu töten Hallo und herzlich willkommen zu Let's show play Halt die Fresse Ja ihr habt gerade den Mad Micro gehört Der wahrscheinlich jetzt AFK geht Weil er ein Idiot ist Und er gerade gesagt hat ich soll die Aufnahme starten Ja Wobei er irgendwie epic gefällt hat Und Mad Marcus hat mich gerade getötet Marcus hallo sagen Ja ich bin der Kilo Mal wieder Jo sehr cool Dass du wieder der Kilo bist Was haben sie denn mal gegeneinander Heute mal Wir spielen in letzter Zeit Relativ oft CSS Und zwar Schönes Gun Game Gun Game Feeling Und ich treff nicht Gestern hatten wir schon mal einen Aufnahmeversuch gestartet Leider ging der ein wenig in die Hose Weil ich vergessen hatte mein Mikro anzuschalten In den Optionen von Traps Yay und Nase outen hier durch die Gegend Und das gefällt mir gar nicht Ähm WB Herr Moritz Sag mal Renn dich auf den Synchros total schlecht Oder warum redest du so laut Ich rede immer laut wenn ich am Labern bin Nein Ich versuche deutlich zu sprechen damit mich auch jeder versteht Da haben wir nicht Jetzt halt wird natürlich Alle zu wenig sein ist Die Aufnahme Mein Geschmack ist immer nur für die Zerber natürlich Der ist aber jetzt übrigens auch allen zugänglich die JL Und so auch die Zerb Werder von dem Mann war vor der Entdeckung über diese Scheißen Das ist eben auch gefragt Prozent immer wenn ich in den Server-Drag kommt diese Quacken mehr dann ist es deine Schuld ähm ja ich glaub ich geh mal City die Map hier ist eigentlich viel zu groß für so wenige Spieler obwohl jetzt geht's eigentlich nee mich pissen an dass ich immer bis ganz nach vorne rennen muss was fünf Minuten dauert oder so und hier fehlen irgendwie wie viele Kisten bei mir Alter was für eine Fazit boah ich bin grad so mega schlecht aber es liegt nur daran dass ich jetzt hier mit nem Sportgewehr rumloff und jetzt gibt's AWP On Edge vom Mad Mike yeah ihr könnt mich auch gerne in Steam adden den Markus und so aber nicht die wollen keine Freunde wir haben nur Freunde hier und vorne das passt doch gar nicht zusammen oh du das glaubst du doch nicht dein Computer zählt nicht als Freund Mo Alter du musst mal gehen den Schüssen haben die schon gesagt dass du schliegen eins, zwei, drei, vier, sieben das ist nicht das steht gar nicht zu debatt stimmt deine Mutter und deine Oma zählen das auf und wollen hier ein bisschen uns zu meine Mutter und meine Oma oh 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 können gehen ja Herr Wenzel halten Sie bitte die Fresse Teilzeitjob okay oh ich hasse es wenn ich nicht hochkomme ganz ehrlich wenn du keinen hochkommst ja ihr hört mal wieder Niveau-Lobel wo wo er wirklich geschnitten ist alles live wir suchen dann bei 16 plus 16 plus was 16 plus was 16 mehr welche Huber darf man das sagen welche Faktor auch sagen welcher wächst verhaltlich welcher asoziale verhaltensgestörte kleinkindhaftige Straßziehen kennt schon hinten und wartet darauf dass jemand eine Abkürzung nimmt ich? ich weiß immer nein oder kommen sie kommen jetzt zum Haus alle in die Mitte alle in die Mitte Minihaus oder? Eisland was? ach cool ach komm ich kann im Moment ich habe das Gefühl wenn man auf einen schießt dann der stirbt genau in dem Moment weil ein anderer drauf schießt ja das Gefühl das ist genau vor dir so oben und du bist gerade schön drauf drauf schießen die ich bin mir kommt mal jetzt das ist meine ich bin alter guck mal guck mal guck mal meine Stats an jemand recht zu viel fliegt er BAM! Nice! Ich gebe ihm einen Schuss! Ich brauche einen Gegner! Ich kenne einen Gegner für den Gegner, um zu kämpfen zu 2009. Krieg zu der Tod! Halt den Heiligen Metall-Kreis! Arminia wird fallen! INA! Gibt es nicht so was wie bei TM, wo wo man so sagen kann Nischungneins zu Gute oder zu schlechterituiert? Nein! Sowas existiert hier nicht. Habt ihr nichts besseres zu tun, als hesitationer zu halten? Na ganz ehrlich! Warum bist du eigentlich sie Team! Keine Ahnning, ich wollte bei Nase sein! so kommt doch mal aus euren Löchern raus bitte ja ich hab nur ein Loch ist ja furchtbar hier außerdem wird jedes Mal gekillt wenn ich spawne von daher Mike fühlte ich bitte auch angesprochen weiter und das war Lack genau in dem Zeit zu dem Zeitpunkt hinter der Kiste zu retten wurde gerade auch wie sie einen von hinten immer einschießen wir hinten ein erwerber ist auf Kala auch mäßig rumsteht uhr ob die Kitzel die Schlimmste AWP Killer das war ein Markes als Wache Koppel das ist immer sehr deprimiert wenn man es wenn man so weit rennt bis zu regnischen Päsen und innerhalb von 20 Sekunden gekriegt wird zwei Sekunden bitte dort den Krieg auch noch 5 Wettmeer der Pätschern hat er so ist dann so besser zu schleichen Moment mal gelassen das ist ein bisschen gut ich muss gerade gucken ob einer sich von hinten anschließt habe ich wenigstens getroffen mit dem Meisten und boom scheiße und also für alle die hier die sich begangen dem Interessenten sollten so ein hier mal reinschauen Jo ganz eventuell außer wenn hier die Map da ist das zack dann ein wenig ja die meinten das besser jetzt hier es gibt ja auch ein paar ganz kuriose Sachen ja das ist zum Beispiel kurios das Mike Markus und so vor mir eh gut ich bin noch nicht so lange da aber man kann sagen dass das meistens immer so die bekannten Leute die man hier auf dem PSO sind die kennt man dann nach einer Zeit ja das ist eine relativ kleine Gemeinschaft also seltsamerweise ist das meistens so wenn man länger auf dem PSO sind aber ich will dir nichts sagen seltsamerweise ist das aber so dass hier immer die übliche Boah der war geil ist der von oben gesprungen der Lixer so Frage schön schön äh Frage sollen wir aufhören aufzunehmen oder noch eine Runde aufnehmen beenden und noch eine neue Aufnahmestart in Ordnung ihr seht uns gleich wieder